Komm her, komm her! Hey! Pass auf, wir brauchen noch einen jungen Mann! Mensch! Hier, der junge Mann mit der Brille! Mit der Brille, blonde Haare! Komm her, komm her, komm her! Ja, lass uns vor! Komm, komm! Komm her! Zürcher und T-Shirt, Brille! Sehr gut, komm her! Schönen guten Tag! Heute gehen wir aus uns raus, wir wissen doch nicht wohin. Es sind alle mit dabei, und wir mittendrin. Wir wissen ganz genau, es wird eine lange Nacht. Jetzt sind wir unter uns, und jetzt wird aufgewacht. Wenn die anderen Männer sehen, dann fangen wir erst mal. Wenn die anderen nicht mehr können, fangen wir gerade erst mal. Wenn die anderen Männer sehen, dann fangen wir erst mal. Wenn die anderen nicht mehr können, fangen wir gerade erst mal. Und so auch, bleib auf, wir haben den Schlafvertrieb. Es gibt kein Halten mehr, wir sind nicht klein zu kriegen. Keine Ahnung, wo das Ende ist, denn heute gehen wir nicht mehr nach Hause. Bis die Sonne wieder aufgeht, dann fangen wir gerade erst mal. Wenn die anderen nicht mehr können, fangen wir gerade erst mal. Wenn die anderen Männer sehen, dann fangen wir erst mal. Wenn die anderen nicht mehr können, fangen wir gerade erst an. Und antwortet bitte ehrlich. Achtung! Seid ihr schon am Ende? Nein! Ich hab die nicht richtig gehört, oder? Nee, frag nochmal. Seid ihr schon am Ende? Nein! Das ist irgendwie mein Ohr. Ich glaub nicht. Ich hab es nicht richtig verstanden. Frag nur einmal! Seid ihr schon am Ende? Nein! Ohohohoho! Sind wir schon am Ende? Nein! Wir fangen erst an! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn ihr schon mal so schön da oben steht, dann will ich jetzt eine La-Ola-Welle sehen, die sich gewaschen hat, ja? Und zwar von ganz hier vorn bis zum allerletzten da oben von euch, okay? Eins, zwei, drei, los! Und zwar von ganz hier vorn bis zum allerletzten da oben. Und zwar von ganz hier vorn bis zum allerletzten da oben von euch, okay? Ja! Seid für Optimisten! Seid für Optimisten! Seid für Optimisten! Sein Stühler, Optimisten, ja! Sein Stühler 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 Sein Stühler